Hier ist Literaturlounge.eu, heute mit Enkelszungen, ein Buch von Markus Fenner. Der Klappentext, ein Leitfaden für glückliche Großeltern. Warum Sprüche von Kindern komisch sind, weil sie es immer ernst meinen. Wenn es um Aufzeichnungen der Enkelszungen, also denkwürdige Kindersprüche geht, sind Großeltern weitaus bessere Chronisten als die Eltern. 15 Jahre lang stand Markus Fenner, der Haier-Opa, an der Chronistenfront und hat seine drei Enkel von ihrem ersten Überschreiten der Sprachgrenze an die Nachwelt dokumentiert. Dabei ist eine staatliche Menge an Anekdoten zusammengekommen. Mal heiter, mal bedenkenswert. Über die der Operchronist staunend und mit reichlich Selbstironie nachdenkt. Ein Handbuch für aktive Großeltern und solche, die es werden wollen. Meine persönliche Rezension. In seinem Buch »Enkelszungen, ein Leitfaden für glückliche Großeltern« betätigt sich Markus Fenner als Operchronist. Inspiriert dazu wurde er durch die Vergesslichkeit vieler Eltern, was die witzigsten Anekdoten ihrer Sprösslinge betrifft. Wie etwa Pauls ungewöhnliche erstes Wort »Zugunsten der besseren Lesbarkeit« bettet er Sprüche aus dem Leben seiner drei Enkelkinder Paul, Leo und Lilly in eine Geschichte ein. Zusätzlich fließen immer wieder beinahe philosophische Gedanken des Autors ein. Wie zum Beispiel der ungewöhnliche Vergleich von Enkeln mit einem Eisberg, bei dem sich die Gemeinsamkeiten erst durch die Erklärung erschließen. Die Geschichte beginnt mit Erinnerungen aus der Zeit, in der seine Tochter Jette ein Kind war. Auch weiter hinten im Buch berichtet er von seiner Lebenserfahrung als Vater und gibt dem Leser Einblicke in seine Gedanken und Vorstellungen von Erziehung. So ist Beziehung oder Erziehung vielmehr für ihn eine Folge von Niederlagen, die auch durch die tatsächliche Entwicklung der Kinder versüßt wird. Oder auch eine Blackbox. Der Zeitrahmen, in dem die Sprüche der Enkel gesammelt wurden, beträgt 15 Jahre. Dadurch, dass Paul in den ersten fünf Jahren davon ein Einzelkind war, wird ihm im Vergleich zu seinen jüngeren Geschwistern ein sehr großer Teil des Buches gewidmet. Besonderes Detail, man erkennt an einem Schaukelpferd die Zitate Pauls, an einem Dinosaurier, die von Leo und Lillys Sprüche werden mit einer Puppe gekennzeichnet. Kindliche Wortkreation, Stromdurchfall, Ironie und vor allem viel Fantasie der Kinder machen das Buch amüsant. Egal, ob es um die Vorstellung von Gott, Berufswünsche oder niedliche Ideen geht. Die Kinder im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft entwickeln. Ich habe beim Lesen immer wieder die tiefe Liebe eines Großvaters zu seinen Enkeln gespürt. Schade, dass er trotzdem anscheinend nur Nachteile an einem Leben im Drei-Generation-Haus sieht. Das doch für alle Generationen auch Vorteile bietet. Möge der Wunsch des Autors in Erfüllung gehen, dass dieses Buch möglichst vielen Großeltern zum Aufschreiben der lustigsten Enkelszungen anregt. Wir sind gespannt, ob diese Aufzeichnungen dann auch so geheim wie McDonalds bleiben. Enkelszungen, ein Buch von Markus Fenner, ist im Jahre 2017 erschienen im Medo-Verlag und kann immer noch für 12,95 Euro käuflich erworben werden. Viel Spaß beim Lesen der Enkelszungen wünscht euch euer Markus von Literaturlounge.eu. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlounge.eu. Euer Markus.